Servus Leidl, ich bin's der Fabio. Der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, was ist bitte mit mir passiert? Auf jeden Fall diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben es wahrscheinlich mitbekommen und zwar hat es mir beim Videodreh von meinem neuesten Video Fabulous Escape 2 in Saalbach geschmissen, habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen, habe jetzt OP gehabt und ist alles gut überstanden, also wird auf jeden Fall wieder. Aber Leute, warum ich heute hier bin, warum ich auf so einem Gras hier stehe, ist weil mir eine verdammte Millionen Abonnenten erreicht habe und Leute, das ist echt, das ist der Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn und ja, ihr könnt es echt nicht gerne ohne Witz, das ist echt krass und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr die Million erreicht habt, wie ihr das so erlebt habt. Let's go. Hi, und zwar bin ich gerade im Krankenhaus, wie man das sehen kann und das gibt es echt nicht. Schaut euch das mal an, da sind noch vier unfassbare Abonnenten. Vier. Nummer drei. Zwei. Und ich muss das Ganze allein im Krankenhaus verbringen, weil jetzt geoperiert wäre. Scheiße. Alter. 900. Verdammte Scheiße. Ja bist du des Wahnsinns. Eine f***ing Million Abonnenten. Schaut euch das mal an. Und das im Krankenhaus, ganz allein im Zimmer, kurz vor der Operation. Perfektes Timing, würde ich sagen. Aber zumindest habe ich es noch live miterlebt. Eine Million Abonnenten, trotz das ich im Krankenhaus erlebt habe müssen, ist echt ein Wahnsinn und ist echt geil. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal ganz einen kurzen Rückblick zu den besten Momenten, was ich bis jetzt so auf dem Kanal erlebt habe. Und das ist eine neue Frage, die mir war, weil das Ding der Rhebvre hat sich auf der Rhebvre. Und das ist eine Frau. Und das ist eine Frau. Ich bin ein paar Sachen, die andere Frau in der Rhebvre zu verbr przygotieren. Und der Hauptsπουfer hat sich mit der Rhebvre. Ich bin ein paar Sachen, die. Servus Leidl, 200.000 Abonnenten. 300.000 Abonnenten auf YouTube. Echt, konka konka scheiße, ich muss gar nicht glauben. Verkünden zu dürfen, dass ich jetzt offiziell für Red Bull fahre und dass ich Red Bull Athlet bin. 700.000 Abonnenten Special. Also, ganz ehrlich, 700.000 Abonnenten ist echt wahnsinnig. Schau, jetzt zeig mal die ganzen Nägel da an. Ja, Wahnsinn, was ich so getan hat. Auf jeden Fall, für 1.000.000 habe ich gedacht, ich brauche irgendein geiles Special. Irgendein richtig geiles Special. Und nach dem Erfolg von Fabulous Escape Nr. 1 habe ich gedacht, es ist soweit, es ist an der Zeit. Ich glaube, jetzt kann ich es offiziell sagen, Fabulous Escape Nr. 2 kommt. Ja, Mann. Alter. Geile Scheiße, Mann. Leidl und ich kann euch garantieren, es wird sowas von krass. Es war die krasseste Produktion, die ich jemals gemacht habe. Wir waren 30 Tage lang in Saalbach, haben gefilmt, haben die krassesten Sachen gebaut. Und einfach, ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und jetzt passt auf, ihr könnt live bei der Premiere am 21. April in Innsbruck dabei sein. Live bei der Premiere von Fabulous Escape Nr. 2. Karten gibt es in der Beschreibung unten. Wenn ihr da was haben wollt, müsst ihr echt schnell sein. Denn die Karten im Kino sind natürlich limitiert. Es wird echt geile Zeit. Ich freue mich auf jeden von euch. Es gibt für jeden Plakat. Ich gebe Autogramme, ich mache Fotos. Meine Räder stehen vor Ort zum Anschauen, zum Angreifen. Und ja, es gibt Giveaways. Wenn Glück habt, geht es sogar mit einem Pock Helm, einem nagelneuen Pock Downhill Helm nach Hause. Also wir haben echt coole Preise. Dann natürlich als Höhepunkt gibt es natürlich das Hauptvideo Fabulous Escape 2. Dann gibt es nur die ganzen Behind-the-Scenes-Clips. Die es eigentlich so in der Ausführung gar nicht im Internet geben wird. Also wir haben ein komplettes Rundum-Programm. Wird echt grandios geil. Und ich freue mich auf jeden, der in Innsbruck vorbeischaut bei der Premiere. In dem Sinn, glaube ich war es. Noch mal vielen, vielen Dank, dass ihr immer meine Videos anschaut und alles. Und ich würde einfach sagen, man sieht sich in Innsbruck. Ansonsten am 25. April kommt das Video auf meinem YouTube-Kanal hoch. Da kannst du dir Rest dann anschauen. Und ja, in dem Sinn, danke fürs Anschauen. Bis in Innsbruck, bis die Tage, keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Ciao servat. und Seitensiv «